Ja, ich bin Rande. Ja, du bist Rande. Ja, sehr schön. Herzlich willkommen nach einer langen Wartezeit zurück zu World of Warships. Der Paddy hatte in der Zwischenzeit ein paar Probleme mit einem Encoder und wir hoffen, das jetzt behoben zu haben. Vor allen Dingen, die merken die Wartezeit gar nicht, aber ist okay. Erzähl weiter. Nee, aber ich wollte, ich, das nennt sich Zuschauereinbindung. Du möchtest einfach nur erzählen, dass es an mir liegt. Ja, das auch. Aber du musst die Leute an deinem Leben teilhaben. Wie wär's, wenn du mal Start drückst? Und den Mund leer hast vielleicht. Ich bin ja, oh, oh. Du bist der Führer. So geht's, Start. Weil. Wunderbar hat das Bild erstmal schwarz. Und nein, der hat den roten Knopf gedrückt. Er hat den roten Knopf gedrückt. Nein. So, was haben wir denn? Eine schöne Landschaft. Ja, die sehe ich auch. So eine schöne Bergkette mit ein bisschen Sonne in der Mitte, so ein Leuchtturm. Das ist ganz schön. So eine kleine Kapelle am Berg. Nachricht ist, wir sind die höchste Stufe schon mal an Schiffen. Schiff mit vier. Okay. Das bin ich noch nicht. Das sehe ich noch nicht. Und Stufe drei Schiffe gibt es. Das ist gut. Äh, gleich zur Planung, Leute. Wir fahren rechts oben rum. Rechts lang? Rechts oben. Rechts oben? Okay. Ja, wir sind schon ausgerichtet dahin. Du. Ja. Ach, guck mal, der kleine Paddy mit seiner Karlsruhe fährt auch mit. Was hast du? Ne, ne, ne. Ah, okay. Ne Sushi hat der. Ne Schlagschiff. Ja, er fährt Sushi. Ja, ich habe auch ein japanisches Schiff von daher. Ja, aber du hast einen Hyogi, den kann man aussprechen. Der hat eine Ishi-Sushi. Sushi. Ja, komm mit dem Ding mal klar, ey, mit dem Namen. Als wenigstens ein guter Schiff. Ich habe eine scheiß Hyogi, die ist kacke. Ich setze gleich Vollspeed. Du kannst so 20 Kilometer weit fahren, ne? Sonst ist es gut, ne? Na, was? Tut mir leid, sie haben vergessen, dass Tank-DLC zu kaufen. Genau. Nur für Prämium-User, Paddy. Ja, ne, also ich bewege mich dann mal, ihr Bluschen. Ihr ganz stehenbleiben. Gegner! Ah! Er sehe ich auch, da. Ah! Gegner! Der ist, der ist wieder, äh, verdeckt. Nein! Da ist er wieder! Gib ihm! Los, 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 krieg ich mich hin, los, los! Los, los! Ich hab schon getroffen, den Arm. Den Arm vollding. War nur fast 17 Kilometer entfernt, aber... Geht schon. Das hat er nicht kommen sehen. Nur entdeckt, ey. Warum mich immer noch entdeckt? Weil du kacke bist. Oh, das war jetzt nicht nett. Weil du so cheap bist. Ich hab' mittlerweile diese hydro-kausische Suche, ne? Ach so, ja. Hydro-akustische meinst du, genau. Ja, hydro-akustisch, genau. Hydro-akustische Sauter. Da schießt was auf mich. Genau, okay. Oh, Feinkontakt, massiv voraus. Massiv! 12 Kilometer. 7... 10,7... 10,6... Machen wir einen kompletten U-Turn? Sich zurückziehen? Was? Nein, ich bin schon vorne. Weil wir sind die einzigen, die hier fahren. Ja, ich bin schon vorne. Ich mein' noch was Gelegenheit. Zurückziehen. Meinst du? Aber da sind das... Sag mal, der fährt rückwärts, kann das? Äh, die süßt sich hier im Rahmen bleiben. Wenn der eine von denen fährt rückwärts. Ja, Tony. Meist, okay. Kein Treffer. Schale! Ach, ach, ach! Zahne! U-Turn! Ich bin gerade von der Bayoumen übelst auf die Fresse. Jetzt mach kein U-Turn, jetzt geh ich total. Die stackt jetzt auch, ne? Ich muss mal kurz... Feuerkonzentration ändern. Ich treff die bloß nicht, ist mein Problem. Die sind zu weit weg. Äh... Nein, genau. Sahne, draufhalten, nicht wegfahren. Ich halte drauf, aber, äh... Du fährst gegen den Berg. Ja. Sehr schön. Okay. Äh... Äh... Nicht so gut, der ist. Oh, das Schiff ist so scheiße. Ach. Ein Schiff ist nur so gut wie sein Kapitän. Ach, okay. Oh, noch mehr Feinkontakt. Der Feinkontakt wäre fast nicht aufgefallen. Ja, okay. Gut, siehst du gut, was ich sage, ne? Ja. Alter! Ich treffe mir die Callback, man. Die fährte gerade so schön. Äh... Ich bin auch für die Callback. Ich stecke hier mal ein bisschen was ein. Ja, ja, mach das mal. Ja, lieber du als ich. Oh, echt. Was? Du bist auch Kriegsschiff, halt nur dein Maul. Echt. Echt. Keubleck, komm mal ein bisschen näher. Oh, du kuschelnd. Oh, ne, jetzt dreht der ab, der Arsch. Nein. Die Callback dreht ab. Ja, ja. Sollen wir jemand anders zum Abdrehen zwingen? Oh, der dreht schon. Scheiße. Alter, was geht mit dem ab? Fuck! Alles gefixt. Äh... Italio! Geleckt nicht mehr, okay. Ich muss schon sagen, kann nicht sein. Sehr schön. Bin ich vielleicht auf dem Rand der Karte zu? Naja, aber... Alles machbar, alles machbar. Guck, alles, alles in, alles, alles Roger, alles Roger. Alles in Not auf dem Boot. Ja. Aber könnt ihr euch mal ein bisschen beeilen? Nein, wir wollen nicht eigentlich mal arbeiten sehen. Und? Oh! Alter! Der hat kassiert, der hat kassiert. Der ist die Luft geflogen. Ja, dann können wir aufrücken, ne? Der hat übrigens kassiert. Naja, was tun da? Ich mach ein bisschen Feuer. Ach, ja, du brennst ein bisschen. Ja, ja, ich seh's. Ja, Moment, ich kann auch so weit schießen. Moment, ich wollte gerade schon nix mehr machen, aber... Moment. Ich kann auch so weit schießen. Ich muss erstmal in Reichweite kommen. Moment, der haut ab für uns, ne? Nein! Übrigens, ne, werde ich nur mal sagen. Wie so? Wie das killt dich? Nee, das killt dich nicht. Ja, weil meine Reparatur für den Wassereinbruch drauf ging. Warte jetzt noch 50 Sekunden bis die da ist. Das geht vorher aus. Oh, komm, die Schüsse! Irgendwas treffen, komm! Ah, nee, ich glaub nicht. Lass dich nur nicht zu oft treffen, dann geht das. Ah. Was denn? Das ist mein Ernst? Ich schieß mal auf den Schlagschäften, der Wehrung. Die Wehrung? Die Wehrung? Die Wehrung? Die Wehrung? Die Wehrung? Die Wehrung? Die Haute immer noch ab, was muss man denn? Ja, dann schießt halt da links auf von der Wehrung oder so. Ja, ich kann die nicht treffen. Alle zurück weg. Treffer und den Brand. Was? Ey, der Brand ist vorbei. Ey, der Brand ist vorbei. Ach was, aber ich werde getroffen. Ja, aber das ist, äh, AP, nicht A-H-E. Ah! Ich weiß, du geh weg. Hat die Dane noch mal Glück gehabt? Ich mach meinen Höhepunkt wieder her, du Arsch. Sehr schön. Oh, komm, 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 komm. Ah, hat die Dane eh Glück gehabt, wa? Was die davon gekommen ist. Was die davon gekommen ist? Wir oberen jetzt erstmal die Base, ein bisschen. Die dreht gerade ein. Bestimmt. Moment. Die Sau. Trotzdem fangen wir erstmal überobern, der Base an. Sahne komm auch rein. Ist schön hier. Ja, ja, ich komm jetzt auch. Ich hab grad die Wehrung da ein bisschen. Die Wehrung? Die Wehrung. Die kriegt schon was mit. Ja, ich geb der auch mal, ne? Ja. Geben wir auf NACAP Konfrontation. Mit, äh, Dane. Hinter dir. Oh, da ist noch eine Map aus South Carolina. Ja, ja. Ah, die Wyoming hat es abgehauen. Dane kommt hierher. Das ist ein kleiner Fehler von der. Kann ich über den Berg schießen? Nee. Fick dich. Oh. Was ist los? Ich hasse es. Hast du solche Begriffe benutzt, also? Mein, 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 äh, Main Cannon trifft Null. Ah, so eine Hassweise, ja. So eine, so eine Schrott kennen hast du also. Ja, die verzieht mal ungnädig viel und dolle. Dolle, die Knolle. So, jetzt bring du die Sau. Wie willst du, wenn der stirbt einfach? Auch mit einverstanden. Bam, wie ist du geht? Sehr schön. Ja, das ist schon wieder weg. So, was ist noch bezahlt? Schieß einfach bumm. Hätte ich auch mit Pfeffer kommen können. Das nächste. Ähm, wie wäre es mit der Wyoming? Ja, die habe ich da auch gerade schon. Wolle die Carolina. Ja, die Wyoming fährt jetzt weg. Die Carolina kommt jetzt, aber... Die Wyoming ist, glaube ich, das hier. Ups, das war zu weit vor vorne. Cap Cap Chickens. Ja und, was dagegen? Äh, da kommt Torpedos. Von denen her. Achso, von dem Teil gerade noch. Oh, 6500 Schaden. Das hat mich jetzt angeschossen. In der Hoffnung, dass er vergisst, dass ich Torpedos abschießen kann. Oh, komm, 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 ich werde nicht treffen. Komm, 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 komm. Ach, knapp. So gut. Äh, das ist die Wyoming aufgelaufen. Die Carolina schnappe ich mir gerade mal, ne? Da helfe ich dir doch grad bei. Die ganze Zeit. Hier. Ach, du bist der, der schön Seitensalgen gibt. Äh, ja? Äh. 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 Sahne? Was denn? Was machst du denn da? Ah! Geh weg von mir! Und dann dann Team Attack an. Ich weiß nicht, ich fahr auf Autopilot, du Arsch. Warum fährst du auf Autopilot? Ich fahr auf Autopilot. Ich fahr auf Autopilot. Ey, wenn du keine Augen im Kopf hast, kann ich auch nix dafür. Nein! Yes. Meiner. Das ist Wyoming, die hängt nur noch in meinem, ja, im Berggriff. Die hängt aber auf dem... Was macht die da? Oh, was macht denn der Typ jetzt hier? Leute! Ja, guck doch mal, ich weiß nicht! Der Typ, Hilfe! Lasst mich doch mal hier weg! Nein, Hilfe! Oh Gott, ihr seid am Kuppenkuscheln! Nein, Hilfe! Was ist das denn? Warum? Lass mich doch mal hier so... Hilfe! Oh, zum... Kann ich mehr? Was macht ihr denn da? Geht mal weg! Warum muss mich denn jeder hier behindern, ey? Dich! Guck mich mal an hier! Er schießt aber weiter, der Spasti vor mir! Geh doch mal weg hier! Oh, Mann! Okay, das war's! Oh, Mann, was ist denn los? Ihr Kinder, allein komm, also komm, halt doch abhauen! Boah, kann der sich mal abhauen hier jetzt? Ist ja schwimmen hier. Der kratzt immer mehr hier an mir dran, der Arsch! Der ist mir total egal! Ah! Verdammt! Ich krieg einfach keinen! Was ist los mit euch? Ihr gierigen Säcke! Weiter! Kann ich mal aufhören, jetzt rückwärts zu fahren? Was kommt da für Schüsse? Da kommt von irgendwoher wo Schüsse an... Da! Ja, ja, da! Ich geh von hier aus noch niemals! Sahne, drehst du ein? Ja, ne? Ich versuche es! Nicht nur hier, ne? Ich geh jetzt drauf wahrscheinlich! Nein! Ich greffe ihn von hier, sowas nicht! Und wir haben sie sogar gewonnen, weil er cappt! Oh, wenn er jetzt gehittet wird, ist er wieder weg! Ja, ne? Ihr wüsstet das, dass vier Schiffe vor ihm kommen, dann würde wahrscheinlich ich nicht mehr eindrehen! Er dreht einen! Ja, okay! Ja, wir würden mit einer Breitseite gehen wahrscheinlich! Wohin will er eigentlich gehen? Das Problem, weil da ist Landrecht zu nehmen und links eigentlich! So, Autogeschütz, du müsstest gleich arbeiten! Meine haben schon geschossen, halt! Wie ist denn der? Er kommt gleich in meine Sicht an! Dann wollen wir mal gucken, dass wir den ein bisschen behaken! Oh, komm, komm, komm! Nein! Ah, meiner! Was? Da hab ich den Tom Peters reingedrückt! Naja, ich hab zwei Schiffe so gut wie gewonnen! Boah, 88.990! Alter, da hab ich ein paar Sachen gekriegt! Also, 2.000... Woja? 98.000 hab ich gekriegt! Credits, 2.200 Erfahrungen! Schade an Tampenitten! Na, ist gut gemacht, Sahne! Ist gut gemacht! Die hab ich von links nach rechts gerammt! Hast du das nicht gesehen? Ich konnte nichts machen! Ich hab kurz geguckt, aber ich war mir nicht sicher, wer von euch wer ist! Ich war mit der Mitte! Achso, was, das Schwein in der Mitte! Achso! Er war die Milch im Oreo-Keks! Achso! So, so nennt man das, okay! Eif! Kennst du nicht die Oreo-Stellung? Ich kenne nur die Milchschnitte! 2 schwarze und 1 blondine! Ey, wie viel musstest du zahlen, Sahne? Äh, auch nicht viel! Äh, 71 Quedits und minus 1 Erfahrung! Und du? Äh, warte! Wo fahren wir jetzt? Kinder, was sollt ihr jetzt fahren? Persönliche Wertung steht das! Nee! Gar nix! Gar nix! Dein Ernst? Äh, gar nichts! Ach, ich höre Shit! Ich gucke ihn dazu! Cool! Dann war's das für diese Folge wieder, ne? Achja, stimmt! Wir haben ja... War ja ne Folge! Ich wollte ja weitermachen einfach direkt! Okay, ja, stimmt! Dann war's das für diese Folge! Alles klar! Bis dann! Ciao! Tschüss!